So, wir haben hier einen Vergleich von der Leuchtfarbe von der IMALET MS06 links mit dem kaltweissen zu der MS06W mit dem warmweissen Licht. Man sieht hier relativ gut die Differenz. Es ist sonst die gleiche Lampe. Und vom Licht her geht es nicht direkt besser oder schlechter. Je nachdem immer darauf an, für was sie gebraucht wird. Das kaltweisse wirkt generell ein bisschen frischer, belebender. Und kann je nachdem auch etwas hauer wirken. Aus warmweissen hat je nachdem eher einen beruhigenden Effekt. Hier kommt es ganz darauf an, für was die Rampen gebraucht werden. So sieht das aus, die beiden Modelle. Weitere Videos folgen noch. Gerade auch zu den Neuerscheinungen, die kürzlich rauskommen. Wir können bei beiden Lampen jeweils mit Doppelklick direkt in die Turbo und den Knopf drückt halten, für die einzelnen Levels. Um zu schalten, geht es hier schnell ein Niveau zu suchen. Besten Dank fürs Zuschauen. Und bis zu den nächsten Vorstellungen. Weitere Angaben findet ihr unter im Online-Shop. Dann freuen wir uns auf eure Kommentare, eure Nachrichten oder natürlich auch direkt auf eure Bestellungen. Bis zum nächsten Mal. Der Videokonfluss für die Minuten. Das ist wieder ein Niveau für eure Nachrichten vonifikation. Und bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.